Zukunftssicher, abwechslungsreich und bedeutsam. Der Job als O-Bus-Lenkerin oder O-Bus-Lenker leistet einen wichtigen Beitrag zur Mobilität in der Stadt Salzburg. Satja Palic und Dominik Lassar haben die Ausbildung zur O-Bus-Lenkerin und zum O-Bus-Lenker bereits erfolgreich absolviert. Also die Ausbildung erstens, weil, wie gesagt, die Ausbildner da bei Moos, die gehen wirklich mit dir alles Schritt für Schritt durch. Und es ist auch nicht eine kurze Ausbildung, die schnell gemacht wird, sondern es ist eine lange Ausbildung. Es nimmt sich jederzeit für die, auch individuell. Wir lernen alles in der Remise. Wir gehen Sachen jeden Tag durch, auch die Sachen, die wir am Fahrrad gemacht haben. Und danach hast du dann auch noch Begleitfahrten. Das heißt, wenn du eben schon allein fährst, fährt nur ein O-Bus-Fahrer mit dir mit und schaut nur ein bisschen auf die Finger. Und danach auch noch, wenn du wirklich allein fährst, dann kannst du immer noch jeden fragen. Und das ist eben das Gute, dass du immer eine Unterstützung hast. Nach der Begleitfahrt dürfen die frisch gebackenen O-Bus-Lenkerinnen und O-Bus-Lenker ohne Begleitung auf die Straße und sind der eigene Chef im Fahrzeug. Meine erste Fahrt war sehr stressig. Ich war aufgeregt. Aber auch wenn viel Stress dabei ist, ich habe gewusst, das ist die richtige Arbeit für mich. Also jeden Tag bin ich am Ende der Tage sehr zufrieden. Ein abwechslungsreicher und spannender Tag ist in diesem Job garantiert. Was macht mir besonders Spaß, ist, dass ich draußen bin. Ich darf mit Leuten arbeiten, also und ich bin nützlich. Also ich mache was nützlich ist. Und Spaß ist immer dabei. Also der Job gefällt mir wirklich gut. Es war ja, wie gesagt, immer schon mein Traum, dass ich O-Bus fahre. Also der Job macht mir wirklich voll Spaß. Und das, was mir eben so Spaß macht, ist das viele Fahren. Also wenn man gerne viel fährt, dann kann ich noch jedem den Job empfehlen. Ich würde es weiter empfehlen, weil wir in der Ausbildungszeit sehr genug Zeit haben zum Lernen. Wir sind nach drei Monaten mit der ganzen Ausbildung fertig und wir dürfen rausfahren. Und nach drei Monaten haben wir einen sicheren Arbeitsplatz, haben wir sehr gutes Gehalt. Und wenn die Leute Spaß haben, also zum Fahren, dann ist das Richtige. Wenn auch Sie sich für einen Job bei der Salzburg-Linien Verkehrsbetriebe GmbH interessieren, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at slash karriere.